Wohin? Wohin? Das ist das Ende. Wer das hier überlebt, wo geht er hin? Was soll noch kommen? Wohin? Wohin brechen wir auf nach dem, was hier geschehen ist? Bald geht es hinaus aufs Meer, nach Hause. Bald, bald kommen wir zurück. Abschließender Planungsentwurf. Löscht die Fackeln, holt die Segel ein. Und wenn die Nacht hereingebrochen ist, landen wir lautlos unsichtbar mit unseren schwarzen Schiffen. Diese Frucht ist besser als ein Schiff. Und sie trägt uns weiter als ein Schiff. Wir reden, wie wir niemals geredet haben. Und wie wir niemals wieder reden werden. Über die Angst und über den Tod. Die Hoffnung, die Liebe. Und wir tanzen, 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 tanzen. Vielen Dank.